Die Vorteile eines privaten Studiums an der PfH im Vergleich zu einer staatlichen Uni sind relativ vielseitig. Einerseits ist es so, dass wir hier an der PfH relativ kleine Gruppengrößen haben, das heißt in kleinen Gruppen können die Studierenden dann vor allem in Forschungsprojekten oder auch im Studium selber ihre Stärken in der Gruppe einbringen und damit dann zum Gruppenerfolg beitragen. Zusätzlich ist es so, dass bei uns vor allem die Verbindung von Studierenden und den Dozenten beziehungsweise Professoren gefördert wird. Das heißt, wir wollen wirklich, dass die Studierenden zu den Dozenten gehen, Forschungsfragen besprechen oder Fragen aus den Vorlesungen besprechen und so dann letzten Endes die Verbindung zwischen Hochschulkommunikation und Studierenden stattfindet. Des Weiteren ist es auch so, dass wir an der PfH versuchen, die Kontakte in die Branche herzustellen. Das heißt, die Studierenden kommen zu den Professoren, fragen, wie es in der Branche aussieht und die helfen dann letzten Endes zu vermitteln, ob es Praktikumsplätze sind oder dann im Endeffekt auch Arbeitsplätze. Von daher bietet meiner Meinung nach das Studium an der PfH als private Hochschule enorme Vorteile und ich kann es nur jedem empfehlen.